Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück am Stilgeball. Fallout 4, 4, 4, 4, 4. Ich weiß gerade nur nicht, ob wir schon die eine Tannitze mit beauftragt hatten, Dings zu werden. Händlerin, ich glaube nicht. Betten 5, Leute 4. Jetzt brauchen die auf jeden Fall. Das bleibt, das bleibt. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt, null sicher mehr. Der ist zugewiesen für Essen, mit dem können wir eh nichts anfangen, das ist klar. Und wir machen ja happy, happy. War das nicht, nee, die war das nicht. Die war zugewiesen für Essen. Ich muss mal kurz reingehen, gucken, wo die ist. Ah, okay, das geht. Abbrechen. Was? Du musst jetzt, mein Kind. Wir haben nämlich jetzt von, äh, Sanctuary nach Abernerphy Farm. Von der Abernerphy Farm muss es jetzt, äh, dahin zur Tenepis Bluff. Genau. So, V-drücken. Achso, jetzt weiß ich, da war das Problem, nämlich. Shit. Äh, wir sind ja erst nach Tenepis Bluff, weil die uns noch nicht vertrauen. Ist noch nicht unsere Siedlung so gesehen. Müssen wir da lagen. Boah, ich habe einen trockenen Mund. Shit. 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 Ich habe mal so schön heimlich überlegt. Machen erst mal so, so auf Rüstung und Waffen verbessern. Bei auch Ziel nüchtig, wer? Bei was geht eigentlich so Genauigkeit hoch? Wahrnehmung, Wanderung ist die Besuchstin für deine Umgebung und dein Sex. Das sind die Waffenpersonen, die Waffenpersonen, was, äh, du, äh, okay. Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit, vielleicht, will ich jetzt repräsentieren, Reaktionszeit und dann geschickt, oder wie viele Aktionspunkte du hast, wie viel du umschleichen kannst. Hm. Müssen wir mal gucken. Die war für jeden Fall eigentlich toll. Dann haben wir auf der 2, unser Statschützengewehr, auf der 3 warst du, auf der 1 warst D, auf der 4 war D. Okay, wartet mal, das will ich aber jetzt ändern, das ist ein bisschen behindert. Rechtsmäßige Herrschaft. Äh, das war Zelle, äh, Faf, 1, Splittergranate. Äh, warte mal. Pro Kugel. Ich mache nur 10 Schuss, das ist nix. Schlagstab, wo sie noch ausgerüsteten Waffen, da ist eine Schall gedämpft, die hätte ich gerne auf der 2. Da müssen wir jetzt gucken, wo unsere Schrautgewehr ist. Das war die hier, die kommt auf die 3. Das andere war irgendwie taktisch verbessert. Dönerspieß. Wo war die? Laserschlag, Schimpro-Automatik-Pistole, ne? Präzisionskalibriert. Genau, das war die nämlich, die kommt da auf die 4, dann. Gut. Da ist einfach ein bisschen Ordnung, habs, ist mir wichtig. Warum in Ordnung, bin ich am Asch. Das ist 4. Hä? Achso, ne, ich will doch gar nicht suppress die. Was machst du? Ja, die zum Beispiel muss man jetzt nachladen. Fast nix mehr drin. Ah, ich hab's mal mit da rumlaufen können. Äh, 4. Danke. So, stimmen mir hier die Frames aktuell grad? Ja, passt alles. Grafikkarte hat auch noch Puffer, das ist ja schön. Manchmal lädt das Ganze irgendwie nach, aber ich hab jetzt mein PC ab und dann mal neu gestartet, also ein Update gezogen, doch, doch, doch. Äh, stimmt die Richtung jetzt. Ja, die halt recht gut hin, ist ja gut. So, unterwegs, was Neues entdecken, würde ich kurz da hinlatschen, das abholen und dann, ja. Würde das ja passen, so, sprechen wir kurz mal kurz. Zwischen, da brauche ich die Waffen nicht mal frisch zuteilen, ist auch in Ordnung. Alt. Da bar zur Zeit, der ist voll dumme, ganz alter. Ja, da andauernd. Und wenn es uns ständig umbringen will, immerhin ist es im Commonwealth nie langweilig. Äh, 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 ja gut, das stimmt. Der nervt ab und an manchmal. Kann ich sagen jetzt mal, dass die Gegner irgendwie alle immer tot bleiben, wenn wir jemanden gekillt haben? Befürworte ich irgendwo. Ist nicht ganz verkehrt. Ich habe ein Signal verloren, ja, ist doch scheißegal. Bei der vorne müsste jetzt irgendwo gleich die Farm kommen, meine ich. Und wir können gucken, ob das, äh, die Kichtausgrabungen, ah ja. Haben wir da einen Grafikglitsch noch? Nö, das ist jetzt weg. Ah, sehr schön. Können wir mal gucken, ob der Typ fertig ist, wenn wir schon mal hier sind. Und da runter. So, zack. Ich stecke mir mal die Waffe ein. Wo kam der jetzt? Was zum Beispiel war das? Sonst verkommt das alles ja nur. Da ist nichts mehr. Wer? War ein böser Hund. Ich darf das. Boah, Digga. Meine Güte. Da könnten sich viele Meierlerks verstecken. Da unten ist er. So, wo ist der andere? Kommt von da drüben? Wo ist der eigentlich der Typ? Weiß ich nicht. Au. Okay, ich brauche was anderes. So. Nein, das ist ein bisschen doof. Wir brauchen besser das Ziel von Rau auf jeden Fall. Level up, sehr schön. Meine Güte. Ich hätte sich viele Meierlerks verstecken. Was war das? Ja. Ah, du magst noch wer. Hey, da draußen ist was. Nah. Ich weiß. Und ich treffe grad nix. Das ist besser gelaufen als erwartet. Ich glaube, jetzt haben wir's aber. Springmesser. Ja, kann man mitnehmen. Ist natürlich der Hit, aber... Was schießt denn da noch wer? Jo, der Exzessor. Also, auch hier muss ein bisschen vorziehen, oder? Okay. Deine Zeit ist abgelaufen. Oh, es reicht's mal. Meine Güte. Da könnten sich viele Meierlerks verstecken. Ja, das hat's kommt mir bekannt vor. Ich weiß nur nicht, woher. Wo ist die kleine Schlampe hin? Was? Unten war was. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Okay. Zeit sich fertig zum Schmack. Ich habe da echt locker geschlagen. Mhm. Aber ist der Typ, der ist? Thomas, komm zurück. Ich hatte grad voll den Spaß. Okay. Wo ist deine Typ? Ist der tot? Wenn ich dich... Na, bist du ja, du kleine Schlampe. Und der nächste Nachruf. Was ist denn da? Was ist denn da? Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Mhm. Bleib auf Distanz, wenn dir deine Gliedmassen lieb sind. Nice, sehr schön. Ah, so mit Spacecam redet ich drauf aus. Ich führ uns hier grad. Ops, hat er wieder. So, Meierlackfleischi. Warum sollen wir die freilassen? Das heißt aber, der eine Typ von damals ist tot? Oh, das macht Plus wahrscheinlich. So, weil wir ein Plus davor. Okay. Jeden scheiße nehme ich jetzt auch nicht mit. Komm, ist der kurz? Dann mache ich mir die Tür zu. So, ein bisschen Ordnung. Also scheiße, warum ist er tot? Was ist denn da? Blöde Kuh. Ja, das heißt aber wirklich, dein Typ von damals ist tot. Das ist aber scheiße. Da haben wir mal extra geholfen. Da sind wir ihn überfallen. Finde ich nicht okay. Meine Güte. Da könnten sich viele Meierlurks verstecken. Hör doch mal die Fresse. Ich bin grad entsetzt. Da hat sich so viel Mühe gegeben. Und dann sowas. So. Adventure, Adventure. Ich weiß, ich wollte zu farmen, aber... Ich bin grad in T-Pockchamp, Alter. Nur noch so eine Tasse war übrig. Was für eine grausame Welt. Achso, wir haben Level Up. Ja, okay, warte kurz. Ähm... Was war das? Rüstmeister. Ja, das wär jetzt mal toll. Wenn wir das mit Rüstung verbessern. Äh... Die war da. Boah, kann ich auch mal die Fresse halten? Quatsch, was mach ich denn da? Ja, genau. Das zieht die da durch. Okay, gut. Dann hat die bessere Sauge wie ich. Ich will das jetzt auf jeden Fall cleanen. Ich mach die... Ich mach die... D-d-d-d-d-dockar aus. Dann haben wir mal kurz... Äh... Inventar, Bekleidung... Bergbau-Helm, Dreck über Filzhut. Drei... Äh... Hat man Strahlungsschader aber aus. Dafür geht drei Rüstung verloren. Kann man mal machen? Mh... Mh... Dann sind wir wieder auf dem gleichen Level. Hahaha. Also besser, aber strahlungstechnisch wieder gleich. Also strahlt zur Laserwaffe halt, denke ich. Was sind das? 15. 45 Volt Shirt. Was ist das? Voltanzug neu. Das Gigeret. 6 Strahlung, Merchbauung, Lederrüstung. Was ziehen wir denn an? Mh... Ne, machen wir zu viel. Minus... Plus 17. Mit Taschenabbeton und Metallrüstung. Minus 9 im Gegenzug. Ah, gut. Plus 4 mit Taschenkern oder der Räderrüstung. Äh... Machen wir minus 4 und da plus ist... Okay, ich versuche ein bisschen der Balance hinzukriegen, wenn es geht. Beton auf N. Gut. Kurzgewehr, Metallrüstung, Rechterarm, Maschinenpistole. Maschinenpistole würde ich angucken. 10 macht die. Ja, gut, okay. Wir schmeißen uns da unten in der Vorausswagen. Was ist der Vorauss? Weiß ich nicht. Der Fall ist, dass die nur den Lärm nicht bekommen haben von der ganzen Ballerei, ne? Das ist doch scheiße. Das hört sich immer an, als wenn die gleiche ums Eck, ne? Das hasse ich. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Gibt's doch, du Trollers. Was lauscht, du? Scheiße, was war das? Genau, ich sneak. Okay, ich bin der beste Sneaker, muss ich dir dazu sagen. Ich schalte einfach natürlich auf der Knarre. Jetzt wollen wir noch drauf, wenn Schauschütze gehört. Das war der absolute Traum. Aber das ist mir noch nicht gut genug dafür. Wir sind hier nicht allein, Blue. So. Weil der nicht ein Tode-Köpfchen gehabt hat, ist nicht so geil. Laborstation. Bis dann können wir mal kurz was herstellen können. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Mal kurz Licht aus, weil ich glaube, ich sehe ihn und sonst. Ah. So. Schatzlichtern. Herstellen. Drogen fallen. Heilung. Kann man nix machen. Nektormunition. Minen. Verwertbares. Granaten. Maulis kann man nicht herstellen, wenn uns Öl fehlt. Okay, das wird auch nicht. Bacheröl ist gerade zu älter für uns. Ruhig hier für die Maschine und alles. Ah, jetzt müssen wir hoch und dann kommen wir runter. Okay, kapiert. Kiste, hier kann man nix mitnehmen. Ey, kaum bist du da mal kurz weg. Wisst ihr, schon kommen die Raiderfreaks wieder. Die verschnappen hier alles. Was geht denn da ab? Eine Impro-Pistole. Ach, von der. Was ist uns denn? Ja, nimm mal mit. Die Impro-Pistole. Scheiß auf die. Okay, dann ist ein Meierlerk. Äh, annehmen, Körperteile, Ziele durchschalten. Was? Ich hab geschaut, bist du doof? Hallo? Ist hier wer? Niemand? Gut. Dann gehen wir weiter. Mich kotzt das gerade echt an. Oh, du bist ja König von denen geworden. Echt? Wo bist du? Wollen wir Freunde sein? Also, ich könnte dich leben lassen, wenn du mitkommst. Halt doch mal die Schnauze her, Gottstundra Laddich. So, wie du rumlaberst, findet die uns noch. Scheiße, was war das? Hey, kommt der doch hoch? Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Klar muss ich denn hinten rum. Hm, aber erstmal da lang. Benzinkanister, Testzeug. Autoreifen kann ich nicht mitnehmen, unverständlicherweise. Kannst du hier keinerlei Falle haben, was haben wir hier? Waffenwerkbank. Äh, jetzt muss ich kurz was gucken. Und zwar... Und zwar... Rechtschaffenheit. Nee. Ja, Abbrecher. Kann ich mal in Ruhe arbeiten? Weil die Schnauze jetzt... Äh... Nö, kannst du behalten. So, Dankeschön. Der hier, was hat denn der für... Ähm... Langreichweiten-Zielfernrohr. Okay. Langreichweiten-Zielfernrohr. Nee, die ist es nicht. Da fehlt Aluminium und Waffenfreak Level 2. Da hat die das schon. Okay. Kann man mit Nimmungsforms irgendwas machen? Bayonet. Geht Reichweite runter. Gewicht und Wert steigt aber. Nee, das ist immer zu doof. Ja, verlassen. Nüsslich, oder? Boah, geht so. Oh, die Dosen hier an. Jetzt rutsch mal. Pipper. Snipper. Instapuré. Süßkuchen. Metallrüstung linker Arm. Metallrüstung rechter Arm. Gut. Kornkorn-Springmesser. Bleiverkleidet. Leder-Kombi. Sonst haben die hier nichts, die zwei Süßen. Nein. Mensch, Pipper-Snipper. Boah, ist das mal öff? Ich habe nur keinen Bock, dass sie hier auf den Alarm schlagen, beziehungsweise sneak ich hier gerade ein bisschen lang. Falsche. Richtige. Richtige. So. Meine Güte, da könnten sich viele Meier-Lerks verstecken. Hey, da draußen ist was. Oh Gott, hält der aus. Wir haben sie wohl verjagt. Wir sind hier nicht allein, Blue. Was war das? Darf ich überhaupt? Ja, geht. Machen sie für eine Auferkalt, die Viecher. Was meinst du, was das war? Guck doch mal runter. Spatz. Hey, da draußen ist was. Hey, da draußen ist was. Da bist du ja. Hä, was siehst du? In deinen Schuhen möchte ich nicht stecken. Hm, der hat keine Schuhe an, das ist ein Meier-Lerk. Oder die haben Schuhe und kaufen die irgendwo bei Reno ein. Das kann auch sein, das weiß ich jetzt nicht. Bevor wir die ganze Mission jetzt verballern. So. Ein sauberer Schuss. Na, 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 na. Und gut ist. So, da haben wir den Kopf abgeschossen. Da kann man sich ja gar nicht aus Raiderrüstung. Da kann man sich ja gar nicht aus Raiderrüstung. Okay. Äh, Bekleidung. Äh, muss ich kurz alles durchgucken, bevor ich... Ah, dann können wir noch kurz auch. Ich muss ja einmal durchsortieren. Schön wäre es, wenn ich die Sache irgendwie dann markieren könnte, dass die inseparate Backpacker oder sowas wären. Schallrüstung, linker Arm. Ja, jetzt sehen wir mal an. Rechter Arm, aber für mich auch noch. Oh, auf jeden Fall eh nur eine Rüstungswerkbank. So, boop, 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 boop. Guck mal durch, was du warst, was bringt. Plus, 8, plus, 8. Jetzt wird er natürlich mehr... Ähm, 16 Prozent, perfekt. Äh, 6, 3. Nee, das wird das ganze Bild ein bisschen an sich verschlechtern. So, in der passt. Dankeschön. Okay, jetzt gedacht, das wird Zement. Dann halt nicht. Vielleicht gibt es ja einen Arsch voll Flaschen. Was ist denn hier los eigentlich? Äh, ich sollte mal zwischenspeichern. Jetzt mal auf einmal sterben, müssen wir so viel machen. So. Aber ich finde es jetzt trotzdem schade, was mit dem Chip-Up ist. Ah, vielleicht finden wir es noch aus. Wer weiß. Kreuzschlüssel? Nö, dazu ist nichts. So, das, das, das. Das, äh, gut. Gibt es hier sonst noch was? Ziele durchschalte, er nimmt noch zwei wahr. Hm. Können wir Licht ausmachen, sonst sehen die uns ja, wenn wir rumlaufen, wir sind eine Leuchtfacke. Und kurz den Rain-Damage-Ships abfeiern. Aber das wird grad kein. Ah, da geht's runter. Okay. 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 So. Meierlackfleisch. Das ist tatsächlich Meierlackfleisch. Hier sonst nix? Oh, ein bisschen Rad. Wir kriegen Rad dafür, okay. Hm. Wollen Sie sagen, das war's dann schon? Komm schon, Leuk. Zeig uns deinen Unterbauch. Würde ich auch mal sagen. Komm mal her. Au. Wieder weh. Okay. Wollst du gerade die Tür aufmachen? Bist du ein bisschen behindert oder was? Hat er irgendwas dabei? Grobat-Metallrüstung. Jetzt wird ein Fallschaden 50%. Cool. Danke. Plus neun minus fünf. Ja, Fallschade. Na, wer weiß. Hier ist nix an Loot. Vielleicht mal Häusle drin. Das heißt, wir haben hier alle abgeknallt. Echt? Und für was? So. Stromgasmaske. Jetzt hat er nix. Aha. Ach, das ist ja der Typ wird da halbnackt rumstand. Stimmt. Hm. Also, wie ist das nicht irgendwie lohnt jetzt so von einer Fliegelklappe aus? Kronpaar, Patron, Präzision schützen. Mächtiges. Impro irgendwas. Leuchtende Pilze. Da ist nix. Da ist nix. Was man aufpäppelt. Oh, Pippersnipper. Okay. Achso, das ist gar nicht blau. Sacker blau aus. Okay. Muss ich mir echt sagen, das war's? What the fuck? And for what? Das war wie immer ein Steinbruch, wie's aussieht. Na gut, dann kann ich jetzt wieder in den Stand setzen. Boah, ich dachte, da vorne läuft jemand rum. Ach, das war der, das war der, die da. Ja, nö, da haben wir alles. Okay. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich hab mir ein bisschen mehr erhofft, aber okay. Äh, ich hoffe, der Aufzug geht. Ah ja, siehste, mein Knöppli. Ja, da kommt der Sonne. Ja, das war immer erholt. Frederik, das war virus.